Hallo! Hi! Die hau, meine Freunde! Und wir spielen hier eine Runde Heidens Sieg auf dem Hive-Server Mit mir! Mit Priyan, ja genau! Und mit mir zusammen! Und die Map! Hotel wird gespielt! Bis jetzt zumindest! Ach ne, wird jetzt gespielt! Und ich bin übrigens der Lukas! Und ich bin der Priyan! Ich bin, was ist das? Achso! Ich bin im Laub! Ich bin im Block of Kotz! Block of Kotz? Block of Kotz! Okay, und jetzt reiht es doch mal mit der Stimme! Ich raste sowas gleich aus hier! Okay! Ich reiht es mit der Stimme! Nimm deine ordentliche Stimme! Also bei mir ist es meine ordentliche Stimme! Deswegen ist es egal! Warte, Priyan, Priyan! Wir müssen zusammenlaufen! Ich bin noch am Sporn! Ich bin noch am Sporn! Ich auch! Bist du der graue Laub hier? Komm, ich bin der, der jetzt springt! Ja! Der Quarzblock, ne? Ja! Wir müssen hier hoch! Willst du mich verarschen? Ich bin im Rollerfall! Ja komm, geh wieder hoch schnell! Ich pack das nicht! Ich komme hier nicht mehr raus! Versteck dich! Ich bin hier oben drauf! Was kann ich mit dem Keks? Sieger is coming! To find you! Oh, er ist weg! Berian, siehst du mich hier oben? Ja. Versuch's nochmal. Versuch's nochmal. Das ist ich hab's. Oh mein Gott. Oh, lauf! Nein, nein, erfinde mich nicht. Das ist gut. Ich bin zu geil. Okay, okay, jetzt, 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 jetzt. Er ist weg, erst weg. Nein, er kommt wieder. Nein, er geht weg. Okay, wo soll ich hin? Hier, neben die Kiste einfach. Auf das Laub. Nee, nicht auf das Laub. Direkt neben der Kiste. Wie sollen die Blöcke da rumlaufen? Äh, ich bleib nicht zu einem soliden Laub, doch jetzt. Aber du bist ein Unterschied, dieses Laub. Du bist Eichenlaub und diesen Dschungellaub. Echt jetzt? Ja. Spring auf mich rauf, spring auf mich rauf. Okay. Du bist nicht auf mir drauf. Jetzt. Bist du? Ja. So, wenn das klappt, ne? Äh, Alter. Ich seh nix. Okay. Was willst du? Ich seh nix. Willst du noch irgendwas erzählen? Doch, hallo. Was kann ich mit dem Keks machen, ey? Ich check's nicht. Äh, das ist... Also, Blog, Info, in the Boss Bar. Boss Bar. Da, damit ist es so Rückstoß, weißt du? Hä, nein, mit dem Schwert. Ich hab dich... Warst du nicht schon ein Seeker? Nein. Bei mir... Ich bin doch auf dir, oder? Ja, und dadurch kann ich durch Wände durchgucken, dass du auf mir bist. Weiß nicht mehr. Ich bin kein solid Block mehr. Also, du erzählst jetzt eine schöne Geschichte. Oh, 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 da ist ein zweiter Sieger. Oh, 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 jetzt hab ich aber Angst. Zwei Sieger, oh mein Gott, gegen 18 Leute. Puh, hab ich aber Schiss. Wollen wir den töten? Wird schwierig, ich werd nicht gehen. Haben die ne Dia-Rüstung an? Ja. Scheiße. Kriegen wir nicht tot. Vor allem, weil ich voll weggehe. Wollen wir gleich rumlaufen? Komm, wir laufen jetzt rum. Jetzt schon? Ja. Ja, okay. 160 Minuten, also 170, knapp drei Minuten ist machbar. Komm, Brin, komm. Komm mit. Ich hab noch richtig gutes Versteck. Okay. Hier. Neben dem Feuer? Nein, genau, im Feuer. Oh, Scheiße! Oh, Kacke! Was ist? Ich werd beinahe verbrannt. Warte. Hier in die Ecke beim Feuer. Ja, hier hinter die Couch. Da kommt wer, da kommt wer. Ja, warte, warte, der findet uns nicht. Black Dragon 731. Hell, man sieht gar nicht mehr, weil man ein Solidblock ist, oder? Doch oben, your block, lease, und da, wenn das so richtig ist. Ah, hm. Lange nicht mehr gespielt, oder was? Schon richtig lange nicht mehr. Ey, hier in die Ecke, komm, guck mal. Guck mal, ich bin so ein kleiner Ficker, der hier in der Ecke chillt. Ich auch. Oh, too sexy for my shirt. Äh, du bist gar nicht in der Ecke. Ja, ich bin hier, Solid. Egal. YOLO. Komm, also erzähl eine schöne Geschichte. Ich komm nicht raus! Erzähl eine schöne Geschichte. Ähm, es waren mal zwei kleine Kälber. Das eine sagte zu mir ein Kalb. Ähm, hallo, mein Name ist Kalb Kelvin. Ah, mein Name ist auch Kalb Kelvin, sagte das andere, und da kommt ein Seeker. Und werdet alle sterben wenn ich das? Ich beobachte sie. YOLO. Ich will zwar ein fliegender Block, aber egal, weil ich da bin. Ich bin voll wieder. Oh mein Gott, genau neben mir ist Blackjack 731. Hörst du, du? Bei mir sind es gerade zwei direkt neben mir langgelaufen. Ich laufe jetzt hier ganz langsam. Ich laufe jetzt hier ganz schön. Dabei will ich meine Haare fühen. Oh, Blackjack, 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 Blackjack. Oh, oh. Ich glaube, mich hat jemand gesehen. Ich bin tot. Scheiße. Kannst du töten oder was? Da ist jemand. Ja, du findest mich nicht. Ach, als wenn. Xcrazy75 würde mich auch nicht finden. Niemand würde mich finden. Okay, 20 Sekunden. Come on. Come on, Brian, come on. Come on, bitch, come on. Come on, come on, come on. Ich laufe hier gerade einfach durch. Such dich. Come on, bitch. Come on, come on. Ah, da bist du. Hallo. Habe ich dich geschlagen? Ja. Oh, ich habe gewonnen. Oh, illusor. Hallo, Brian. Wo bist du? Ich bin genau neben dir. Töte dich. Ja, ich habe dich gefickt. Du bist tot. Mein, der fuck ist. Ich habe gewonnen. Das war voll so eine kurze Runde. Lass mal was anderes spielen. Na, nee. Jetzt erst mal nochmal. Okay. Eine Runde können wir noch. Lass mal hier irgendwas suchen. Hier. Hight 9. Hight 9? Hight 9? Ja. Äh, Hight, ja. Hight 9. Nee, nee. Bei der Tafel rechts daneben ist 17 von 24. Och, Alter. Nee, 20 von 24 bei 18. Hight 18. Bei Hight 18. Slash. Slash. Schnell, da können noch zwei Leute rein. Schnell. Wo? Hight 18? Hight 18. Hight 18. Und Arnus23 fragt, jemand Skype? Fragezeichen. Klaro, Maro. Oh mein Gott. Hier ist Kelly. Kelly Snellky. Alter, nein. Die ist echt hier. Oh mein Gott. Ach, du Kacke. Kelly Snellky ist in der Lobby. Alter. 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 Junge. Weiß wer das ist? Ja. Ja, ich nicht. Alter. Weiß das. Junge. Oh, und hier ficken zwei. Oh, Alter. Oh, Alter. Junge. Call of Duty 3 und Dan Maspar. Alter, Junge. Oh, ich hab mir keinen Block ausgesucht. Ich hab mir keinen Block ausgesucht. Oh, ich hab mir keinen Block ausgesucht. Wieder die gleiche Märkte. Ich bin Bietenblock. Du bist so Noob. Du bist so Noob. Ich hab hier das beste... Oh, scheiße. Ich geh unten in die Garage. In den Garage? In den Geräusch. Wo ist die überhaupt? Warte, ich bringe nicht mehr mit. Bist du unten? Ja. Komm zum Feuer. Ja, bin nicht. Ich bin noch nicht so schnell, weil ich so übelst lege. Schnell, ich bin beim Feuer und stehe hier einfach so und springe und springe. Ich bin hier der Bookshelf. Ja, komm mit. Äh, geh du vor, mein ich. Schnell! Ich bin nicht so schnell. Ich lege. Schnell. Wo ist denn hier in der Garage, bitte? Ich lege. Hier ist ne Blume. Ich will die Blume sein. Ich kann die Blume nicht sein. Da ist jemand, da ist jemand. Äh, bist du in der Garage schon? Nein, wo ist denn die Garage? Ich bin hier gerade runtergegangen. In die Garage. Ah, das ist die Garage. Was ist neu? Die ist aber neu. Die ist aber neu, du. Weißt, was ich meine, ne? Dieses Untergaragen-Ding. Tiefgarage? Genau. Aber die ist neu, du. Die ist neu. Die kenne ich noch nicht. Ich kenne die. Ich kenne die. Ich springe jetzt einfach aufs Auto rauf. Oh, scheiße. Ich gehe hinten in den Keller vom anderen Auto. Äh, im Keller. Im Keller? Alter, was auf jeden Fall ist deutsch, Leute. Da in... Ich fahre das Auto einfach. Ja, okay, ich komme hinten. Hinten rein. Mh, 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 baby. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Ja, 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 ja. Bin ich oben drin? Nee. Okay, warte. Ich sehe nichts. Tut mir leid. Warum siehst du nichts? Warum siehst du nichts? Okay, jetzt sehe ich was. Hä? Guck mal, hier ist ein Block. Ja. Hier sind voll viele immer. Das war mein schlechtes Schleck, ey. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ich logg die mal hierher, okay? Okay. Ich spring hier oben jetzt einfach. Und da hinten, hallo? Huhu. Holde Maheit. Huhu. Holde Maheit. Ah. Was war denn das? Das war schon. Huhu. Huhu. Einmal schreibt, You're not in the chat. Das ist ja mal sowas von 2010. Aber so richtig von 2015. Oh, 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 Bein gebrochen. Oh, scheiße. Alter, scheiße. Lucky, was hast du gemacht? Ich bin runtergefallen. Oh, es geht so nicht weiter, ey. Es geht so nicht weiter. Dieser Job ist viel zu gefährlich. Da, ich sehe ein Name. Das ist Dominik 2001. Dicke. Du bist sehr, sehr geil. Ach, komm, komm zur Party, Junge. Keller ist gerade Party. Ja, hier auch. Ich chilliere gerade auf der Bank. Küchenparty, Party. Küchenparty. Vor allem den Kellerkirchen. Noch gar keiner. Ist voll geil. Ebenfalls noch eine Garage. Jetzt ist ein Keller. Oh Mann, du weißt, was ich meine. Vielleicht ein Keller in der Garage. Ja, na, so. Dominik wurde getötet. Okay, ist doch nicht sehr, sehr geil. Ist sehr, sehr scheiße. Alter, ich laufe jetzt hier. Ich laufe jetzt hier genau hin. Ich laufe jetzt hier genau hin, so. Ich laufe jetzt hier also genau so hin. Ja, ja. Das schlagt hier ein. Oh, der ist aber geil. Lauf. Oh, oh. Was? Dominik. Komm nicht in den Keller. Doch, ich komm jetzt in den Keller. Brian, mach deinen Keller bereit. Ich komm jetzt in den Keller. Kommst du gerade echt? Ja. Lauf, Brian, der ist genau hinter mir. Er ist genau hinter mir. Bist du schon im Keller? Ja. Oder bist du tot? Nein, ich bin im Keller. Doch, du bist tot. Nein, ich bin im Keller. Hä? Ich stehe hier in der Ecke bei so einem Bietenblockteil. Das steht da perfekt. Aber warum werde ich kein Solidblock? Da kommt jemand rein. Da kommt jemand rein. Doch nicht, er geht wieder hoch. Er geht wieder hoch. Okay, ich seh dich aber nicht. Hier, hier. Brian, hier. Warte, komm, komm, da. Wo bist du? Okay, hier, hier. Alter, hier ist ein Fakai. Hi. Guck mal, Brian, hier. Hier fehlt nämlich so ein Bietenblock. Aber ich kann irgendwie kein Solidblock werden. Die Anzeige oben geht nicht mehr weg. Er geht ein bisschen, er sneakt so ein bisschen an den Rand weiter. Wird trotzdem nicht. Ich aber. Du gehst kaputt. Brian, du gehst kaputt. Bin ich da dran jetzt solid? Nö, noch nicht. Ach da, außen, ne? Oh, oh. Ich schieb dich rein. Ach, du bist außen solid. Ich bin solid, deswegen. Boah, ich dachte gerade, da kommt jemand rein. Ich werde solid. Bin ich drin, Luki? Äh, ja. Geh weg da. Da ist doch kein Bücherregal. Wieso werde ich nicht solid? Beweg dich kein Stück. Nicht mal deine Maus bewegen, ne? Ich glaube, ich werde jetzt solid. Nicht deine Maus bewegen, ne? Ah, da kommt der Keller. Hat er mich gesehen? Ich bin solid. Er sieht mich nicht. Ich bin in letzter Sekunde solid. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Oh, er hat mich gesehen. Eke, Eke. Eke, Eke. Ja, er hat mich gesehen. Er hat mich nicht gesehen, Alter. Oh, Peggy Monster ist so schlecht. Ich, er guckt in die einen... YOLO, vier Sekunden noch, vier Sekunden noch. Alter, ey, er guckt in die eine Richtung. Oh, geil. Peggy Monster, du bist so scheiße, Peggy Monster. Alter. Peggy Monster, der sieht mich nicht mal jetzt. Peggy Monster, hallo. Hier. Das ist so dumm, ey. Boi. Brian, moin. Ha, moin. Okay, das war es von den zwei Runden Heiden Sieg hier auf dem Hive-Server. IP ist mal wieder in der Beschreibung. Und ja, verraten, dann gebt einen Daumen hoch. Hallo. Haut... Was war denn das? Und haut rein, Leute.